Also kommen wir zur Notenkonferenz Christoph, Far Cry 5 Was für ein Scheiß, 3-0 Okay Dennis, die Devil May Cry HD Collection Ja super, 9-5 Achso, und das ist nochmal deins Christoph hier Ni No Kuni 2 4-5 Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Dennis Ja, guten Morgen, Jörg Und natürlich auch alle Leute, die uns hören Im Momo-Ka-Am Der wieviel ist heute? Der 19.3. 2018 Ja, wie gerade gehört sollen unsere subjektiven Wertungen Nicht werden, aber wer weiß Und das ist natürlich heute Thema der Woche für uns Der Relaunch, der am Wochenende erfolgreich stattgefunden hat Aber wir haben natürlich auch unsere üblichen Themen Als der wehren Vorschau Was haben wir gespielt oder geguckt? Und die Beantwortung eurer werten Userfragen Ja, was hast du denn gespielt oder geguckt? Gespielt habe ich Celeste auf der Switch Das ist so ein kleiner 2D-Plattformer Ich würde ihn mal ganz grob mit Super Meat Boy vergleichen Also er ist wirklich sehr schwer Es gibt so einzelne Bildschirme immer Von denen man zum jeweils anderen springt Und man muss sich da schon wirklich die Situationen irgendwie genauestens betrachten Und stellenweise auch auswendig lernen, weil man muss sehr punktgenau springen Hat zum Beispiel so die Möglichkeit, dass Madeline, das ist das kleine Mädchen, das man spielt Die will halt den Berg Celeste hinaufklettern Und die kann halt auch so einen kleinen Dash vollführen und sich an Wänden festhalten Aber diesen Dash kann sie nur einmal vollführen Danach muss sie wieder auf dem Boden landen Später gibt es dann noch Punkte, durch die sie diesen Dash wieder aufladen kann Aber so ganz grundlegend muss man da halt schon immer aufpassen So wo löse ich meinen Dash jetzt aus? Wo halte ich mich fest? Man kann sich auch nur eine bestimmte Zeit festhalten Und das ist echt knackig Und macht wirklich super viel Spaß Und was da ganz interessant ist Das hat so ein bisschen einen Ich weiß nicht, ob ich es philosophischen Ansatz nennen soll Aber so die Geschichte, die da erzählt wird Von eben dieser kleinen Madeline Die geht auch so ein bisschen auf psychische Erkrankungen ein Also sie selber leidet halt an einer Panikstörung wohl Ich bin da jetzt noch nicht so weit drin Dass ich jetzt genau sagen könnte Oder diagnostizieren könnte, woran sie leidet Aber sie hat auf jeden Fall eine psychische Erkrankung Und dieser ganze Aufstieg an dem Berg Wird da halt wirklich so als Metapher genommen Und das ist, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt Ist das wirklich so nochmal eine ganz nette Ergänzung Man kann aber genauso gut sagen So, boah, nee, also so große philosophische Themen Brauche ich in einem 2D-Plattformen nicht Und da kann man das auch wirklich einfach sehr gut Als wirklich gut gemachten 2D-Plattformer spielen Und also Celeste kann ich wirklich Fans von eben Speziell Super Meatball durchaus ans Herz legen Das macht mir sehr viel Freude Und ich habe sogar auch was geguckt Damit ich auch mal bei diesem Serientalk teilnehmen kann Und zwar habe ich mit der zweiten Staffel von Marvel's Jessica Jones Auf Netflix angefangen Da war ich ein sehr großer Fan Oder bin nach wie vor ein sehr großer Fan der ersten Staffel Was halt vor allem dem Bösewicht, also Killgrave geschuldet ist Weil das für mich einfach ein wahnsinnig gut gespielter Ich habe jetzt den Namen von dem Schauspieler leider nicht parat Der hat aber auch bei Doctor Who mitgespielt Auf jeden Fall hat er den wirklich super gespielt Das ist ein wirklich gemeiner Bösewicht Weil die neigen ja in so Superhelden-Serien Was ja Jessica Jones auch nur bedingt ist Aber da neigen die ja dazu, dass die immer so ein bisschen albern sind Und halt geisteskranke Größen, Wahnsinnige Die die Weltherrschaft an sich reißen wollen Und da ist Killgrave ja meilenweit davon entfernt Und dementsprechend war ich auch so ein bisschen gespannt Jetzt auf die zweite Staffel Wie sie das alles so weiter aufziehen Und die ist bis jetzt ganz spannend Man erfährt jetzt halt eher so ein bisschen Woher Jessica ihre Kräfte hat und so Aber sie haut mich jetzt nicht so vom Hocker wie die erste Aber so zum zwischendrin mal schauen Ist die durchaus nett Und ich sag's mal so, also wenn man Jessica aus der ersten Staffel mochte Und halt auch so Die ist ja auch eher so ein bisschen eine Anti-Heldin Und so ein bisschen misantropisch veranlagt So dann ist die zweite Staffel auch wirklich durchaus empfehlenswert Wie schaut's denn bei dir aus, Jörg? Was hast du denn gespielt, geguckt, gehört? Also ich war sehr mit dem Relaunch beschäftigt Und kann da eigentlich nicht viel anführen Aber um überhaupt was zu sagen Kann ich mal zusammenfassen Was ich ja nicht in den letzten Wochen geguckt habe Auf Netflix Das waren lustigerweise mal Spielfilme Und das hat mich dann doch überrascht Wie professionell die mittlerweile sind Also das sieht nicht mehr anders aus Finde ich Wie von anderen großen Produktionsfirmen Oder Hollywood Studios Warum auch? Die haben das Geld Und dann schaffen sie sich halt die Technik Und die Regisseure und die Studios kaufen sie dann halt zu Oder ein Projektbezogen Und Mich hat dann auch noch ein User lustigerweise Der Fanatic auf den Film aufmerksam gemacht Den ich auch angeschaut habe schon Und jetzt will ich mal aufzählen Also vielleicht so in aufsteigender Güte Das ist interessant Was ich da Ja Also Ich habe mir angeschaut Outsider Das ist ein Film mit Jared Leto In der Rolle eines US-Soldaten Der irgendwie in einem japanischen Knast So in den glaube ich 50er Jahren Also wo Japan noch ganz doll unter dem Zweiten Weltkrieg Noch unter Nachwirkungen litt Und auch besetzt war Und auch straffer Besatzungsmacht durch die USA noch stand Soviel ich weiß Und das ist ein typischer so Revenge Yakuza Film Aber durch Jared Leto Gar nicht mal schlecht Also Ist nichts Wo ich Wo ich Wo ich Meinem besten Freund zum Geburtstag schenken würde Aber Schon etwas Was man sich mal angucken kann Dann Habe ich angeschaut Und der hat mich echt positiv überrascht Einen südkoreanischen Film Namens Steel Rain Wo es tatsächlich sehr aktuell um so Nordkorea gegen Südkorea geht Und Atomkrieg und Militärputsch im Norden Und Aber mit einigen wirklich lustigen Twists Der ist zwar eher auf der etwas naiven Herz Herzschmerzseite auch Aber hat echt gute Actionszenen Hat sympathische Helden Also der Nordkoreaner ist halt so ein Ja ne ich möchte nicht zu viel verraten Außer Dass ich mir wirklich Also kennst du das Wenn du so irgendwie mal abends zu faul bist Um die Birne einzuschalten Und noch irgendwas sinnvolles zu machen Und dann sagst du Herrgott Das wird mir gerade vorgeschlagen Wollt eigentlich jetzt die Zweite Folge Narcos gucken Und dann Genau So nach dem Motto Und wirklich interessant Und man lernt glaube ich Tatsächlich ein bisschen was über Süd- und Nordkorea Also Obwohl es ein Actionfilm ist Dann nenne ich den Film Den mir der Fanatic genannt hat Tut mir leid Fanatic Ich fand ihn jetzt nicht Du fandest ihn glaube ich richtig super Ich fand ihn nur gut Aber auf jeden Fall Eine Empfehlung wert Den habe ich jetzt auch gerade erst angeschaut Der heißt Annihilation Also Auslöschung Heißt er Hoffentlich heißt er Annihilation Und nicht irgendwie anders Aber Auslöschung Nein der heißt so Ja hast du den auch gesehen Nein gesehen habe ich nicht Habe ich meine In Netflix gesehen zu haben oder Genau also der wird auch in meiner Twitter Timeline Im Moment relativ hitzig diskutiert Und aber auch wirklich als Empfehlung eher so wahrgenommen Also ich muss dazu sagen Also er ist gut Es geht im Prinzip darum Dass eine Ja Wie macht man ohne jetzt zu spoilern Huch Also es geht um eine Ein Vorfall Irgendwas fällt aus dem All herab Und ein Gebiet wird davon eben beeinflusst Und jetzt muss ein Forscherinnen Team Da nach dem Rechten gucken Und da rein Also mir hat es gut gefallen Ich fand aber ihn relativ vorhersehbar In vielen Punkten Vor allem das Ende war für mich Wirklich seit Stunden vorhersehbar Behaupte ich mal Und mir waren Mir ist zumindest aufgefallen Ich möchte das gar nicht negativ bewerten Mir ist zumindest aufgefallen Dass er doch sehr viele Dinge zitiert Die ich schon mal anderswo gesehen habe Und so typische Sachen Wie vielleicht Predator Einfach so von der Optik Im Dschungel ein bisschen rumrennen Mit Gewehren der Hand Oder auch die Farbe aus dem All Von H.P. Lovecraft Hat mich doch sehr dran erinnert Das Ganze Auch der von mir sehr verehrte Gene Wolfe Mit seinen Romanen Taucht auf Und zwar Und das ist wirklich nur ein Spoiler Für Leute Die die Bücher kennen Das Alcebo taucht quasi auf Also da wurde eine Idee hergeklaut Und andere Dinge auch Also ähnliche Filme Die sich halt auch damit beschäftigen Man kommt mit einer außerirdischen Intelligenz In Kontakt Aber mehr verrate ich nicht Ich habe ihn mir trotzdem Sehr gerne angeschaut Und auch das Ein Film in Sachen Effekten Oder wo er mich auch noch dran erinnert Ein ziemlich fantastischer Film The Tree of Life heißt der glaube ich Der so in drei Episoden aufgeteilt ist Mir fällt der sehr bekannte Regisseur Gerade dummerweise nicht ein The Tree of Life Wo es erst im Erzegtenreich spielt Spanier suchen nach was E-Mail auch da Auf jeden Fall Also sehr viel zusammen zitiert Trotzdem gut Annihilation Und Was mir aber fast am besten gefallen hat Und ein total kranker Film ist Mute Mute ist quasi Blade Runner In einem leicht zukünftigen Berlin Okay Und Es funktioniert Es ist von der Tricktechnik Jetzt nicht mit dem aktuellen Blade Runner Vergleichbar Auch nicht vom Scope Oder insgesamt Aber ein wirklich sehr schlauer Film In dem wirklich mehr steckt Als man am Anfang denkt Und der etwas tut Was ich sehr mag Er Bereitet die 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 Finalszene Schon im ganzen Film Immer wieder vor Ohne dass du es merkst Mehr sage ich dazu nicht Also auch nichts riesengroßes Dann am Ende Das total was Bewusstseinsveränderndes passiert Aber Es lohnt sich wirklich Den anzuschauen Ähm Ist auch ziemlich krank Okay Also Ganz grob Es geht darum Dass ein stummer Barkeeper In Berlin In so einem Club Dessen Animateur Kollegin Und Freundin Also seine 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 große Liebe Verschunden geht Nach ein paar Filmminuten Und er versucht Sie zu suchen Er ist gleichzeitig Ein Amisch Also Glaubensrichtung Aus den USA Er darf keine Technik benutzen Was sehr lustig ist In so einem zukünftigen Berlin Und es ist wirklich lustig Also er wird auch Der dümpelt auch Eine Zeit lang Vor sich hin Und Also es lohnt sich Durchzuhalten Am Ende Nimmt er wirklich An Fahrt auf Und wird auch Echt böse Und Ja Anschauen So So viele Tipps Und damit sind wir Bei der Vorschau Denn es lohnt sich auch Heute Morgen Übermorgen Und überübermorgen Aber nicht am Freitag Kommt nicht am Freitag Auf Gamers Global Wobei Da kommt dann ja auch wieder Eine neue Let's Play Folge Zu Kingdom Come Deliverance Raus Also es lohnt sich Vorbeizuschauen Ähm Heute Von Benjamin Ni No Kuni 2 In einem großen Test Text In einer Woche Vermutlich wird es dann Wiederum von Benny Einen großen Test geben Aber in Videoform Nämlich zu Far Cry 5 Ähm Am Dienstag Bringen wir von Rüdiger Steitli Surviving Mars Am Mittwoch Kommt von Ähm Christoph Ein Preview Video Zu Onrush Ich gebe Gas Ich will Spaß Und am Donnerstag Lieber Dennis Da gibt es die SDK Zu Die SDK Zu A Way Out Und was ist da das Besondere Das ist ein Koop Spiel Das ist das Besondere Nehme ich mal an Und ähm Da spielen quasi zwei Leute gleichzeitig Und das verspricht Sehr spaßig zu werden Weil man das wirklich nur zu zweit Im Splitscreen Oder halt online spielen kann Und geschickt wie wir sind Ähm Belegen wir jetzt nicht Zwei Tester Acht Stunden lang Um das durchzuspielen Sondern wir stecken es in die SDK Und werden auch keinen Test machen Wobei es nicht ausgeschlossen ist Dass wir vielleicht einen Kurztest rauszimmern Oder sowas Allerdings Das ist dann auch in der Erkenntnis Nicht so viel weiter Als die SDK euch bringen wird Soweit gucken wir mal Und noch nicht verteilt Ein aktueller Titel Weil wir einfach da Intern die Kapazitäten nicht haben Ähm Ist Sea of Thieves Also dieses Dieses Piraten MMO Da äh Habe ich jetzt insgesamt drei Leute gefragt Von einem habe ich schon die gegenteilige Antwort Nö Interessiert nicht Und jetzt warten wir mal auf die anderen beiden Da wird schon einer zuschlagen Hoffe ich Und dann wäre der Dehntest So Richtung Wochenende Oder vielleicht auch erst nächste Woche Im schlimmsten Fall aber auch erst mal Gar nicht bekommen Ja und Am 22. Das ist glaube ich der Donnerstag Kommt auch Pizza Connection 3 raus Da setzen wir nämlich schnell drauf an Aber der wird da auch ein paar Tage Für brauchen Das wird also nichts vor nächster Woche Ja Kommen wir zum Thema der Woche Dem Relaunch Genau Die Aufmerksamen von euch Und vermutlich auch die Unaufmerksamen Werden ja gemerkt haben Dass allgemein erstmal unsere Startseite anders aussieht Und zwar wurde das vollzogen Am Samstag um 11 Uhr Also 23 Uhr nachts Ging Gamers Global so für 3 Stunden Ziemlich genau offline Um 2 Uhr waren wir dann wieder da Mit einer frischen neuen Startseite Die jetzt so ein bisschen mehr Fokus auf unsere Highlights legt Die News finden sich auf der rechten Seite Aber das sind ja nicht die einzigen Änderungen Zum Beispiel haben wir jetzt wirklich Das schon schleichend so ein bisschen In den letzten Wochen eingeführt Und wollen das jetzt auch wirklich weiter so intensiv machen Dass wir die Tests und Previews überarbeitet haben Da gehen wir jetzt weitestgehend weg Von diesen riesigen Textmonstern Und machen mehr quasi Testplus und Previewplus Also wir machen Videotests, Videopreviews Wobei wenn ich das einwerfen darf Das ist natürlich das Frontend, das sich ändert Der Testaufwand, die Testkompetenz Die bleibt derselbe Oder dieselbe, dieselben Ich habe keine Ahnung Und wir machen ja weiterhin auch ab und zu Die großen Tests Also die bekannten Testmonster Jetzt Ni No Kuni heute Das ist im Prinzip nicht geplant Das habe ich glaube ich schon letzte Woche gesagt Das war einfach aufgrund der Embargos Dass wir auf ein Testvideo Noch 3 oder 4 Tage hätten warten müssen Im Normalfall wäre das auch ein Testvideo geworden Aber wie gesagt Far Cry Was ja ein wirklich wichtiger Titel ist Wird als Testvideo gebracht So was heißt das jetzt Es ist ja auch nicht jeder vielleicht Immer tagesaktuell informiert Oder hat sich das schon angeschaut Also ihr kriegt immer noch Testtexte auch Also wir machen dieses Video dann Im Rahmen eines Artikels Wo das Wichtigste auch drin steht Wo der ganze Meinungskasten Der ganze Wertungskasten drin steht Wo wir ja auch wissen von Umfragen Dass das der Mehrzahl von euch Eh schon fast reicht Aber ihr kriegt eben die eigentlichen Details Auch die Herleitungen Warum uns was gefällt oder nicht gefällt Die wandern wirklich ins Video aus Aber als Premium User Könnte auch diese Sage ich mal Video Only Geschichte anders nutzen Denn wir bemühen uns Dass wir alle Sprechertexte Von diesen Videos so machen Dass sie auch als Audio funktionieren Und das geht nicht einfach Indem man wie bislang Videotexte macht Und dann einfach das Bild wegnimmt Sondern muss man sich wirklich überlegen Wie bringe ich Dinge rüber Dass sie gleichzeitig natürlich zu sehen sind Weil Video ist natürlich die Hauptdarreichungsform Also wir wollen nicht über die Haare von Dennis reden Und die Füße von Christoph zeigen Um es mal als Beispiel zu bringen Und das ist schon auch viel Aufwand Den sich übrigens viele Magazine nicht machen Also ihr müsst mal drauf achten Wie oft bei großen Mitbewerbern teilweise Es eher so wirkt Als hätten die einfach irgendeinen Text Der schon sinnig ist natürlich Drunter gelegt Beziehungsweise umgekehrt Zu einem sinnigen Text Halt irgendwelche Bilder dazu gemacht Und das ist nämlich sehr zeitsparend Dann Ne, wir wollen schon Dass das, was wir sagen Auch so gerade zu sehen ist Oder ungefähr zu sehen ist Und trotzdem achten wir eben drauf Dass dieses Sehen Nicht wirklich sein muss Um zu kapieren Was wir da erzählen Und das haben wir schon Ende Januar angefangen Und haben uns da auch verbessert Wie ich finde Davon könnt ihr als Premium-User Wenn ihr wollt Profitieren Und uns quasi auch hören Wenn wir Dinge testen Und auch in einem RSS-Feed Also im Prinzip Kriegt ihr ab jetzt alle Größeren Tests Weil so kurze Checks Werden wir auch machen Die aber nur in Textform Kriegt der auch auf die Ohren Und Wem das auch nicht immer optimal erscheint Der kriegt als Premium-User Auch den kompletten Sprecher-Text Als Service Und wer sich die von den ersten drei Beispielen Wo wir es schon haben Nämlich Dem Cube-2-Test von Benjamin Deinem Kirby Star Allies Test Oder meiner Preview zu Game of Thrones Hätte ich fast gesagt Thrones of Britannia Sich anguckt Das ist gar nicht mal wenig Text Also wenn man das wiederum aufbauen würde Aber das machen wir nicht Weil da haben wir dann endgültig Nicht mal die Zeit dazu Das auch noch zu machen Und aufbauen heißt so Mit Bildern versehen Und mehrere Seiten Und so weiter Dann wären das zwei bis Vielleicht sogar dreiseitige Artikel Die ja in diesen acht bis zwölf Minuten Die wir da sehr oft machen Erzählt bekommt von uns Also das so Eine der beiden wichtigen Änderungen Sag ich mal Oder eine der drei Die erste hast du schon erwähnt Die neue Startseite Und auch ganz wichtig Wir schmeißen das jetzt erstmal In diesen Momo-Car RSS-Feed rein Bis Mitte, Ende April Bis zum nächsten Relaunch Schritt Und bis dahin Darf das auch wirklich jeder nutzen Also es ist bewusst Es ist kein Fehler Es ist bewusst an Klickbar In den Artikeln Und nutzbar Und auch im RSS-Feed abrufbar Also wundert euch nicht Wenn ihr nicht Abonnenten seid Ihr kriegt es in Zukunft An dieser Stelle In eurem Podcast-Programm Oder App Kriegt ihr dann auch Die Tests reingeliefert Und das ist einfach Zum Anfixen gedacht Weil wir die Hoffnung haben Dass dieses neue Element Des Audio-Tests Plus Sprechertext Vielleicht auch noch Von Leuten genutzt wird Die bislang Das gar nicht so toll fanden Was wir bei Tests gemacht haben Und die dann Vielleicht zu einem Abo greifen Ende April Das ist natürlich Der Hintergedanke dabei Ja und die dritte große Änderung Neben vielen vielen kleinen Die ihr am besten nachlesen könnt Die hat mit der Art Wie wir Werten zu tun Und das wird sich erstmal Gar nicht groß unterscheiden Optisch Und wahrscheinlich werden auch Immer wieder dieselben Noten Die sowieso drunter gestanden Während drunter landen Und unseren Tests Aber die große Besonderheit ist Dass wir jetzt subjektiv testen Und Abstand nehmen Von der von mir Seit vielen vielen Jahren Fast Jahrzehnten eigentlich Vertretenen Objektivierten Subjektivität Und ja Wer anders Als ein junger Kollege Mitte 20 Namens Dennis Könnte euch erklären Wie wir in Zukunft testen Was ihr da zu befürchten habt Oder nicht befürchten müsst Ja zu befürchten habt ihr dann nicht viel Also wir testen an sich Das Prozedere ist dasselbe Nur ist es jetzt so Dass wir quasi mehr darauf gehen Dass der Tester Seine eigene persönliche Meinung Das bedeutet diese Subjektivität Dass der das wirklich Aus seiner Sicht benotet Und nicht schaut Dass er eine Allgemeingültigkeit Auf diese Note erhebt Die dann wirklich Für die komplette Redaktion gilt Es ist aber jetzt natürlich nicht so Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen Dass wir dann irgendwie groß Mit Hasskeulen draufhauen Weil ich jetzt sage Ich finde Far Cry doof Oder dass Christoph Jubelschreiend Irgendwelche Zehnerwertungen An das nächste Call of Duty vergibt Sondern wir gehen dann natürlich Trotzdem schon Fair ran Aber es ist jetzt einfach auch so Wenn ich jetzt persönlich sage Mir gefällt es einfach Selber nicht so gut Wie es dem Christoph gefallen hätte Dann kommen da halt Unterschiedliche Noten bei raus Und das ist so Diese Neuerung daran Und wir wollen dadurch auch so Das Notenspektrum Das wir haben Also diesen Bereich Eins bis zehn auch stärker ausnutzen Damit wir nicht nur In diesem Fahrwasser Zwischen Ja Sechs und acht Irgendwie umeinander fahren Oder sechs und neun Und da dürft ihr euch Dann wirklich drauf freuen Dass da auch Gute meinungsstarke Artikel Bei rauskommen Beziehungsweise halt Videos Ja genau Das ist schön zusammengefasst Ich glaube Es wird sich da nicht Gleich viel tun Und mit dem Wertungsspektrum Ist natürlich immer das Problem Dass wir die absoluten Krücken Oder einfach uninteressante Spiele auch weiterhin Den euch vorenthalten werden Im Zweifel Weil es einfach nicht wert sind Getestet zu werden Aber Es ist wirklich so Dass glaube ich Gerade große AAA Serien Durchaus Also Man denkt ja immer Als User Ja wenn sie niedrig werden Sind sie besonders kritisch Vielleicht nicht als Gamers Global User Die sind schlauer Es kann durchaus passieren Dass es in die falsche Richtung Aus Sicht mancher Leute geht Dass jemand sagt Hey Far Cry 5 Finde ich super Kriegt ne 10 Und das ist möglich Aber eben nicht im Luftleeren Raum Das muss schon begründet werden Und was es weiterhin Bei uns nicht geben wird Ist dass man quasi Tendenziöse Kommentare Als Fakten verkauft Weil das Das fällt mir Teilweise im WWW auf Ich möchte mich da gar nicht Zu neu äußern näher Aber man hat schon Manchmal den Eindruck Dass quasi Der Spaß Den man selbst Empfindet Die Note die man geben will Am Anfang steht Und dem wird dann Die Argumentation Untergeordnet Und sowas finde ich scheiße Wenn ein Spiel was gut macht Obwohl ich es scheiße finde Kann ich doch schreiben Was es gut macht Vielleicht gibt es Leute Denen ist das Was es scheiße macht Nicht so wichtig wie mir Und das was es gut macht Finden die ganz toll Also das was unsere Tests Auszeichnet Finde ich In all den Jahren schon Dass man glaube ich Eine faire Berichterstattung Da bekommt Das soll sich nicht ändern Aber es wird schon Meinungsflexierter sein Und also Ich würde dann zum Beispiel Nicht Also als Jörg Langer Groß und breit Quasi die positiven Punkte Eines Spiels Das ich hasse Dann auseinanderklamüsern Ich würde zum Beispiel sagen Ja es stimmt zwar Dass Into the Breach Wirklich eine tolle Spielmechanik hat Aber was mich viel mehr stört Ist Ich würde die Spielmechanik Beschreiben Aber ich würde das nicht Quasi mit dem selben Ja mit dem selben Platz Beschreiben oder so etwas Wo ich die Sachen aufzähle Die mir nicht gefallen Also das im Prinzip Wird sich schon ändern In der Tendenz Und ansonsten Gucken wir mal Wo die Reise hinführt Ob wir das durchhalten Was vor allem passiert Wenn sich mal der Autor Und ein anderer Autor Der Redakteur Der Spiel auch schon gut kennt In die Haare bekommen Ob wir dann Gegendarstellungen Gegenmeinungen machen Zwei Noten Ich habe keine Ahnung Wir werden uns das ansehen Und dann Das situativ entscheiden Und aus situativen Entscheidungen Sicherlich dann zu einer neuen Ja Art Wie wir da generell mit umgehen Kommen Also das hat sich geändert Das ist schon eine große Änderung Aber wie gesagt Wenn ich es euch Nicht jetzt sagen würde Wenn ihr es nicht lesen würdet Über den Relaunch Es ist nicht so Dass sich da jetzt alles Total ins Gegenteil verkehrt Oder nur noch drauf gehauen wird Das ist mir wichtig Zu sagen So Ja und dann gibt es Viele andere Änderungen Das haben wir ja Groß und breit aufklamüsert Ich möchte nochmal Ein ganz dickes Dankeschön An dieser Stelle An den Fabian Knopf schicken Der das wie immer begleitet hat Wie immer ist viel Mit heißer Nadel gestrickt Wir haben schon am Sonntag Viel korrigiert Ein paar Sachen Machen wir auch weiterhin Eine mittelgroße Sache Die gar nicht so leicht ist Dummerweise Die mich noch nervt Ist dass die Zwar jetzt die News Zusammengelegt sind Also normale Und Pop News Unterscheiden sich Nicht mehr groß Sind an derselben Stelle Alle gleich geordnet Aber Es gibt keine Weiterführende Gesamtansicht Nach demselben Muster Sondern man muss Aktuell Auf entweder alle Weiteren Top News Oder auf alle weiteren News Gehen Das ist natürlich Krampf Aber es ist erstaunlich Aufwendig das zu machen Darum wird das noch Ein paar Tage Dauern Ich verspreche da mal Gar nichts Aber das ist uns bewusst Das ist natürlich Blödsinn Das wird anders gelöst Und genauso Gibt es gerade Erfolge Die kaputt sind Oder wo man Vielleicht auch Nicht ganz nachgedacht hat Als wir sie Dem Fabian gemeldet haben Oder Ja Und da gehen wir Noch mal dran Und einige Kleinigkeiten Aber im Großen und Ganzen Bin ich wirklich begeistert Wie viel wir da umgesetzt Bekommen haben Und das war jetzt auch Der größte Schritt Und die größte Änderung Obwohl wir schon An den nächsten Sachen Auch schon dran sind Die dann in etwa Vier bis fünf Wochen Kommen sollen Am acht Ja also eher fünf Wochen 28.04. Ist der nächste Geplante Zeitpunkt Und Ja Bleiben wir mal dran Und gucken was passiert Und eine Sache Die wir uns auch einfach Anschauen werden Wir haben jetzt die Tests auf Videos Verlegt Auch die Previews Wo immer möglich Aber die Testnote Die gibt es immer noch Nur im Print sozusagen Also auf der Webseite Und da ist die Überlegung Einfach Dass wir quasi YouTuber Und vielleicht auch Audiogucker So ein bisschen Dazu natschen wollen Doch auf die Webseite Zu gehen Es kann aber auch nerven Und da wollen wir Jetzt einfach mal Die nächsten vier Wochen Gucken Wie das ist Wie Was auch da von euch Als Feedback kommt Ist gar nicht so sehr Heute oder morgen In den nächsten Wochen Ob nicht dann immer mal Wieder Leute schreiben Ja super mit eurem Audio Aber was ist denn jetzt Die Note Weil ich vermuten würde Das ist die Leute Die sich Audio anhören Die Note vielleicht gar nicht Wissen brauchen wollen Und wenn dem so ist Macht es uns kein Problem Am Ende von so einem Video Die Note einzublenden Zumal sich Also die hat sich dann Früher schon teilweise Noch geändert Im kleineren Bereich Nachdem wir in der Redaktion Darüber diskutiert haben Mit dem Autor Rücksprache gehalten haben Sind wir mal In halben Note Runter oder hoch Aber das fällt ja auch Flach in Zukunft Weil wir die subjektive Note Haben Also klar auch da Wird ich als Chefredakteur Nachfragen Wenn ich was nicht verstehe Oder wenn ich das Gefühl habe Also sorry Das passt ja gar nicht Zu dem was du da schreibst Das schon Aber ansonsten Wenn der Wenn der Autor dann sagt Nö ist mir egal Mach ich halt keinen Sinn Im schlimmsten Fall Macht es halt dann keinen Sinn Und insoweit ist es auch Technisch Oder vom Ablauf her Nicht schwierig Da auch im Video Die Note abzubilden Also das ist auch noch So ein Punkt Wo wir drüber nachdenken Auf euer Feedback Auf unser eigenes Gefühl Noch warten Und ansonsten Ist aber das Was wir jetzt geändert haben So wie wir in Zukunft Gamers Global Ja Euch präsentieren wollen Es haben auch schon ein paar gesagt Ach Jetzt heute Der Griesing Hätte ich vielleicht auch mal Erwähnen können Der Griesing Der Ingmar Strang War heute in der Redkunft dabei Als Seine Weihnachtsspenden Gegenleistung Und Hat sich da auch ein bisschen Eingemischt Und was er halt zum Beispiel Gesagt hat ist Dass er einen großen Monitor hat Und auf dem Desktop Ihn einfach stört Und Da hat sich jetzt auch Nichts verbessert Dass links und rechts Im Prinzip ein großer Weißer Streifen ist Und dieser Große weiße Streifen Ja Da wird sich nichts Daran ändern Es kann sein Dass da mal Anzeigen Nach links und rechts Rausgehen Aber von uns Kommt da nichts Das ist jetzt nicht so Dass wir nicht Gerne auch auf großen Monitoren Super aussehen Würden oder so Aber es geht einfach nicht Wir haben 2015 Großen Relaunch Gemacht Der eher optischer Natur war Als inhaltlicher Wir machen jetzt Einen großen Relaunch Der eher inhaltlicher Als optischer Natur Ist bis auf die Startseite Im Wesentlichen Und paar neue Elemente Und also Bis aller mindestens Nächstes Jahr Muss der aktuelle Design Grundlook Und das heißt halt auch Die Seitenbreite Muss einfach Ja Passen Und vielleicht auch Darüber hinaus Andererseits Wäre nächstes Jahr Im September Das 10-jährige Jubiläum Von uns Wäre vielleicht schon Gucken wir mal Was uns jetzt Vielleicht auch Das bringt Das ganze Mittelfristiger Neuen Usern Ob wir vielleicht Ein bisschen mehr Geld in die Kasse Bekommen auch Dann kann man Dann nochmal Drüber nachdenken Also Genau Jetzt habe ich Zweifelig mit einer Klappe geschlagen Wir hören Feedback Können aber nicht Immer was gleich ändern Oder wollen auch Nicht immer gleich was ändern Und B. Kreasing Wollte ich erwähnen Hatte ich anfangs vergessen Der war wie gesagt Heute in der RedConf Hat da Gelauscht Sich auch durchaus Eingebracht Auch mal mitgekriegt Wie schwierig es Manchmal ist Für bestimmte Sachen Auch jemanden zu finden Und was sonst so Im Erwägungsspielraum Abläuft Wie sehr wir auch Mit anderen Sachen Beschäftigt sind Immer mal wieder Gerade aktuell Mit einem Sonderheft Zu Retro Gamer Dem dann gleich Ein Hauptheft Folgen wird Also es gibt durchaus Einiges was wir hier Stemmen müssen Und ich habe es schon Oft gesagt Mir wäre es das Liebste Wir müssten nur Gamers Global machen Könnten uns voll Darauf konzentrieren Und das brächte Genügend Geld rein Und um das eben Um da hin zu kommen Haben wir jetzt Den Relaunch gemacht Kannst du noch reden Oder hast du es Verlernt während meines Monologs Weil dann könntest du Mit den Userfragen Weitermachen Also es ist ein bisschen Eingerostet Ne ich kann natürlich Noch reden Also so schlimm war es Jetzt nicht Da habe ich schon Längere Monologe Von dir mitbekommen Echt Ja ja Ich denke die User auch Genau Ne aber dann fange ich Direkt mit der ersten Userfrage an Von Jacko Boxo Das war Userfrage Für nächste Woche Ich vermisse die Blitzaktionen Neben Website Content Am Wochenende Und einer netten Gewinnchance Waren die auch immer Eine Quelle von GGG Für die Wochenverlosung Gut Das ist weniger eine Frage Als eine Anmerkung Von ihm Ja dann Machen wir noch die Frage Warum ist das so Genau Warum ist das so Ich würde einfach sagen Im Moment waren da Keine Kapazitäten da Das ist tatsächlich Ja auch immer Man muss ja diese Keys Rank kriegen Und das ist einfach Im Moment von der Zeit her Leider nicht so ganz rausgegangen Wir sind da dran Dass wir das wieder einführen Und jetzt speziell Nach dem Relaunch Kann man ja wirklich sagen Da gehen wir wieder ran Ja also man kann aber auch Ehrlich sagen Das war eines von mehreren Themen Das der Benjamin Braun Sehr gut und Und selbstständig Betreut hat Und wo sich noch Kein rechter Nachfolger Gefunden hat Ein ganz ähnliches Thema Haben wir übrigens Bei den Checks Wo sich auch die Checkler beklagen Dass sie so wenig Feedback Von uns bekommen Woran liegt es Weil ich mich gerade Drum kümmere Und das nicht so gut mache Wie der Benjamin Das vorher gemacht hat Dann fragt Aladan Also auch da wollen wir Natürlich Besserungen herstellen Dann fragt Aladan Und zwar fragt er Würdet ihr es in Betracht ziehen Mal bei Jan Tyson Wegen einem Interview Im Momokar anzufragen Mit Iron Harvest Hat King Art Ja ein heißes Strategieeisen im Feuer Und Jan ist einfach cool Ja also Jan Tyson Ist immer ein sehr Geschätzter Gast Es hat sich jetzt Gerade nicht angeboten Also heute haben wir Ein wichtiges Thema Da will ich nicht Noch ein Interview Drauf satteln Letzte Woche Hatten wir den Elphand Im Podcast Jetzt gucken wir mal Weil gerade Ist der Kickstarter Ja in vollem Gange Ob wir das jetzt Vielleicht Jetzt unbedingt machen müssen So mittendrin Ob man das am Ende macht Wenn man es macht Wenn er erfolgreich Ganz sicher war Und dann die konkreten Pläne fragt Aber ja klar Also da Jan Tyson ist Immer gern gesehen Bei uns Die nächste Frage Kommt von User Andy Mion Plant ihr noch eine SDK mit André Peschke Das Angebot steht ja Gegebenenfalls noch Von letztem Jahr Ja also mein Angebot steht Der andere ist aber Immer so schwer beschäftigt Ich werde ihn jetzt Noch mal fragen Also sehr gerne natürlich Dann will Admiral Anger Oder Admiral Anger wissen Benutzt ihr im Büro Oder auch privat Adblocker Ja im Büro Überhaupt nicht Und privat Mittlerweile wirklich Nur noch sehr selektiv Also beispielsweise Nutze ich den auf Southpark.de Das ist halt so eine Seite Da kann man alle Folgen Der Serie schauen Weil ich zahle da Für die iOS App 2 Euro im Monat Damit ich halt Werbefreiheit habe Und dann finde ich Schlicht und ergreifend Irgendwie nicht in Ordnung Dass ich dann halt Auf der Homepage Irgendwie drei Werbungen Pro Folge reingeknallt kriege Die ja nur 20 Minuten dauern Aber ansonsten Mittlerweile wirklich Nur noch sehr sehr selten Wie schaut das denn Bei dir aus Jörg Ja ich bin ja schon immer Ein eher seltener Adblocker Nutzer Aber ich schalte das schon ein Teilweise Wenn mich was zu sehr nervt Es gibt nämlich Mittlerweile wirklich Seriöse Webseiten Die offensichtlich Die Strategie fahren Wir ballern alles raus Und dann kommt die Umfrage Und dann kommt da noch Ein Pop-up Und so Geschichten Und da ist dann auch Irgendwann bei mir Die Bereitschaft Auf Adblocker Zu verzichten vorbei Aber also ich würde mal sagen 95% Der Sites Ich an Service Surfe ich ohne Adblocker Und ich lebe noch Und ich habe kein Virus Was immer ja so Argumente sind dagegen Wie auch Ja Na Das ist ein anderes Thema So und dann frage ich noch In Auftrage von Koftsdieb Bevorzugt ihr beim Privaten Spielen Eigentlich Kopfhörer Oder Lautsprecher? Da bin ich Halbwegs leidenschaftslos Ich habe daheim Ziemlich gute Aktive Boxen stehen An meinem kleinen Zockerplätzchen Da bevorzuge ich dann Tatsächlich die Lautsprecher Wenn ich aber dann Abends im Wohnzimmer sitze Das ist so Bei uns ist halt quasi Wir haben eine Wohnung Über zwei Etagen Und oben ist das Schlafzimmer Und da kann ich Schlicht und ergreifend Halt nicht mit den Fernsehlautsprechern spielen Weil mir die Freundin Sonst aufs Dach steigt Und dementsprechend Spiele ich da dann Mit Kopfhörern Wenn ich mich wirklich Komplett frei entscheiden könnte Dann immer am liebsten Vor den aktiven Boxen Aber ich habe auch kein Problem Damit mit guten Kopfhörern Zu spielen Ja das geht mir auch ähnlich Wobei ich keine guten Aktiven Boxen Irgendwo habe Auch keine guten Passiven Boxen Und auch keine Die mal so mal so Aufgelegt sind Aber ich sage es noch An meinem Laptop Also im Büro Habe ich derart Schlechte Quäker Das ist ohne Kopfhörer Schlichtweg eine Beleidigung Meiner Ohren Oder jedes Menschen Wären Die das hören muss Und zu Hause Ist das ein bisschen besser Weil da habe ich Habe ich quasi dann Spiele ich an einem Fernseher Der im Prinzip als Monitor dient Und der hat einen Erstaunlich guten Klang Also in den Lautstärken Wo ich es nutzen kann Das ist dann unter dem Dach Auch wenn die Kinder Da ein Stockwerk tiefer schlafen Wobei die mittlerweile Ehe nicht mehr schlafen Wenn ich spiele Am Wochenende Das ist unglaublich Wie das hier Rasant voranschreitet Mit der Ignorierung Väterlicher Weisungen Und mütterlicher Aber kannst du nichts machen Und da Da höre ich definitiv Lieber ohne Weil ich so auf Dauer Selbst wenn es Ich habe ja eh gern Die nicht fest umschließen Und wo du noch Von außen auch Geräusche hörst Aber so auf Dauer Was auf den Ohren Finde ich einfach unangenehm Also über Stunden hinweg Muss ich es jetzt nicht unbedingt haben Ja das war der Ich weiß gar nicht wie Vielte Momo K Wir sind schon in den 200ern meines Wissens Und ich danke euch Im Namen Von unserer Belegschaft Inklusive Fabian Dafür Dass ihr So viel Feedback Schon gehabt Für den Relaunch Der am Wochenende Erfolgt ist Ich bin echt Sehr froh Dass nur etwa jeder Zehnte sich Sehr oder eher Kritisch äußert Viele abwarten Viele aber auch Rundheraus positiv Das ist mehr Als man wirklich Erwarten kann Wenn man doch Grundlegende Dinge Ändert Und ja Ich bin guter Dinge Dass wir damit Gut aufgestellt sind Für die nächsten Jahre Also wir sagen Tschüss Das war der Game of Global Podcast Vielen Dank fürs Zuhören Und besucht uns Bald wieder Auf www.gamersglobal.de Bis zum nächsten Mal